Hey, wir sind das Brasile Akustik-Quintett. Das ist Janko. Und das ist Stefan. Und wir spielen brasilianische akustische Musik. Und das zu fünft. Und du hast dir ja den Bandnamen ausgedacht. Wie bist du jetzt eigentlich da drauf gekommen? Also brasilianische Musik ist klar. Ist klar. Und wir wollten akustisch spielen. Und wir waren dann fünf Leute. Ist eigentlich alles klar. Hätte ich jetzt gar nicht fragen. Aber man weiß ja nie. Zu fünft. Natürlich. Daher dein Rammel-Quintett. Sowohl Stefan als auch ich waren längere Zeit in Brasilien. Und waren da so angetan von der Musik, die es da so gibt. Schorino. Zum Beispiel. Oder Samba. Oder Frevo. Ja, genau. Wir haben ein Frevo im Programm. Es ist ja nun so, dass wir jetzt nicht nur brasilianische Musik spielen, sondern auch Rockmusik. Genau. Nehme ich genauer gesagt Progressive Rock. Da lassen wir uns gerne von inspirieren. Ja, jetzt steht, jetzt ist es ja die Frage, was ist überhaupt Progressive Rock? Progressive Rock. Also Progressive Rock ist für mich die Musik, in der alle anderen Musikrichtungen zusammenfließen. Ja, und da geht es oft um krumme Taktarten und krasse Riffs. Wir haben ein Stück geschrieben für Quintett, dass daraus ist sozusagen die Band entstanden oder die Idee zur Band geboren um dieses Stück, wo genau diese Einflüsse alle zusammentreffen, nämlich das brasilianische, das leichte. Das Schwere, die Schwere des Rocks. Das Experimentale, die Harmonik, die Klangästhetik des Jazz und das Stück heißt Ventus Sobre Christo. Ja, was wollte ich sagen? Eine Internetseite oder das, wo die uns mal sehen können. Also geht es um die Veranstalter? Ja genau, passt auf, passt auf. Wenn ihr uns live erleben wollt, dann geht doch einfach mal auf unsere Internetseite. Oder auf unsere Internetseite. Wenn ihr uns live erleben wollt, geht doch einfach mal auf unsere Internetseite. Und da könnt ihr uns kontaktieren, uns schreiben, Videos angucken. Und das Video sehen, das ihr gerade seht. Und das Video sehen, das ihr gerade seht.